Das Teile gleich, oder 0, diese Woche flimmerte die zweite Folge von Arif gleich, HTTPS, www.bepromiflastete-mabacholo-en-Paradise, Bachelor in Paradise, ja über die TV-Bildschirm. Ein großes Thema in der aktuellen Episode war Frauenmagnet Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-mabacholo-en-Paradise, Philipp Stellerer, direkt drei Frauenbulten um die Gunst des früheren Polizisten, Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-mabacholo-en-Paradise, Pamela Gilmata, Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-mabacholo-en-Paradise, ja über die TV-Bildschirm. Von Ehrensbergerer und Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-mabacholo-en-Paradise, Karina Spacker wollten dem 29-Jährigen ihre Rose überreichen. Am Ende fand die Übergabe der Roten Blume zwischen Pam und Spann-Philipp Spann statt. Nun hat sich die Studentin via Social Media zu der emotionalen Situation geäußert. B. Styler gleich, ORDER, 3, b, diese Folge war mehr als nervenaufreibend für mich. Umso glücklicher bin ich, dass ich Spann-Philipp Spann meine Rose geben konnte, b, schrieb das Reality-Stylet auf seinem Instagram-E-Account. Auch wenn ich das Date mit Paula hatte, wusste ich, dass Spann-Philipp Spann trotzdem eine Nummer 1 ist und ich ihm zu jeder Sekunde meine Rose geben wollte. Styler gleich, ORDER, 6. Nach der zweiten Folge mussten zwei Inselbewohner Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-nevs-20.180.516 späte Bachelor-Rache-Karo sorgt für Olivers rausschmissen. HTML des Paradies Verlassener, sowohl Spann-Margin-O sei Spann als auch Arif gleich, HTTPS, www.bomiflastete-ma-oliversane, oliversane-a-31, konnten keine der Bautys für sich gewinnen und bekamen keine Blume. B. Was sagt ihr zu der letzten Episode? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab.